ja hallo freunde so ihr seht die feiertage sind vorbei mal ein bisschen zeit wieder was zu erledigen und neues video zu drehen heute soll es mal darum gehen und zwar um eine neue expansion die vom nexus die zeige ich euch einmal kurz die machen wir mal hier rein schön dass du dich für die produktion von deutschen schlager interessiert auf meiner plattform www schlager produzieren de erfährst du alles wie man einen deutschen schlager aktuell produziert ich gebe dir tipps und tricks an die hand wie du deine schlager produktion auf das nächste level hebt alle weiteren informationen habe ich dir in der beschreibung verlinkt klicke einfach auf schlager produzieren de und erfährst du alles rund um die schlager produktion die 70er expansions die habe ich mir zugelegt letzte woche und ich wollte euch einfach mal zeigen was da so für sounds drin sind so ihr seht ganz gewohntes bild nexus 4 wir haben hier eine ganze menge an sounds wir haben hier eine ganze menge an loops wir haben drums wir haben arpeggiators wir haben sequenzen die wir spielen können und um euch mal ein feeling zu geben mache ich das einfach mal an und spiel das mal auf ein falsches mal anwählen disco teil so den kann man wunderbar spielen oder hier gut times i feel das ist bestimmt i feel love von donna summer ja wie gesagt wunderbare sachen darum ging es mir aber eigentlich so gar nicht sondern mir ging es eigentlich mehr um diese sachen hier um diese gitarren da gibt es nämlich eine mega funk guitar das sind gitarren loops und zwar haben wir die möglichkeit die einmal die mama an so die kann man in major oder minor spielen jetzt im fall im minor das heißt die moll akkorde und dann drehen wir diesen regel herum auf major dann haben wir die c d e also die kann man das ganze spektrum spielen ja auf den oktaven sind halt verschiedene hier aufgelegt wir fangen mit der ersten an zweites c dritte c da sind nur die abschläge und einmal das letzte ja funk loops kann man sich also wunderbar da zusammenbauen die auch wunderbar für den schlager funktionieren dann haben wir die mute guitars auch wieder meiner major umdrehen hier kann man noch die effekte dazu drehen talkbox oder wir können ein chorus reinbringen also die klingen schon wirklich mega dann haben wir noch eine jazz gitarre und wir haben eine lead drive wir haben hier können wir auch natürlich wieder filter einbringen oder wir können war war drauflegen wir können ein delay darauf legen aber das haben wir natürlich auch hier in diesen bereichen vom nexus 4 wo man das auch einstellen kann da sind wir also ganz frei wie wir die sounds bearbeiten dann haben wir noch einen lead drive da war hör mal naja die ist jetzt nicht ganz so berauschend aber die anderen sachen sind schon ganz gut 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 gitarre auch geil war war raus also ein bisschen bob marley feeling und dann nochmal eine mute gitarre ihr habt ja in meinen videos gesehen mit gitarre setzt sich ganz viel ein da allerdings am liebsten die vom avenger die kann man aber auch eigentlich hier ganz wunderbar benutzen eine softgitarre noch die haben auch noch dann gibt es weiter wir gehen mal weiter durch die besser die sind natürlich auch mega das sind schon ganz gut für diese musik richtung zu benutzen jetzt zum beispiel layer bass mit dem klavier oder wir haben drum loops die sind auch mega und zwar gibt es einmal die shaker loops ja die rufen so ein bisschen rein dann gibt es noch mal tambourin loops die sind auch gut also alles was so eine richtige richtigen 70er disco party gehört nochmal stretch die ganze sache hier können wir noch mal ein hypers filter drauf legen oder ein delay oder ein room alles was das herz begehrt oder ein phaser auch ganz wichtig in diesen ganzen sachen dann gibt es weiter mit leads ja alles so geschichten aus den 70ern dann haben wir pianos power piano raw pleasure saturday night roads voley pianos und dann haben wir noch arpeggiators die gehen wir auch mal kurz durch ja so ein bisschen an clark chasing von ja läuft nicht ganz so wie der original aber den kann man ja zum glück mit dem arpeggiator hier wunderbar umändern oder wie man ihn halt haben möchte das ist das schöne bei der neuen nexus 4 so wir machen weiter mit droid droid golden hours gold rush gold rush love feeling phaedra naja jedenfalls sehr schöne frequenzen die man auch in jeden schlager aber so ein bisschen mit rein bringen kann so woodwinds haben wir wir haben die berühmten disco strings die haben wir hier dirty strings und so weiter und so fort also wie gesagt da guckt euch vielleicht noch mal ein anderes video an wo wirklich vielleicht alle vorgestellt werden obwohl ich auch da noch gar keinen gefunden habe wo das wirklich gezeigt wird aber ich wollte euch heute mal zeigen was man aus diesen ganzen expansions so bauen kann weil das heißt ja wir bauen schlager oder wir machen ein schlager mit der 70er expansions dafür nehmen wir den mal raus hier ein bisschen viel geladen hier so das heißt es geht einmal um das lied was ich vielleicht erkennt ihr es ja sofort das haben wir alles daraus gebaut ich zeige euch mal kurz wie mal welches sound ich da gebaut habe welche ich da benutzt habe von der 70er expansions wir haben mal rein die disco kugel habe ich schon aufgebaut da hinten ja da wird es funky ja habt ihr bestimmt bekannt ist alt bekannter titel von marian rosenberg ich bin wie du so was haben wir für sounds benutzt einmal habe ich das das midi file einmal das drum den dem die drums genommen habe die einfach durch einen jv 1080 gejagt dass ich einfach so ein bisschen so ein hauptgroove habe mal rein dazu kommt dann habe ich so ein disco shuffle genommen hier das ist ein ganz normaler einfach nur loop den habe ich nur schnell reingezogen hier disco house drums ja 125er loop der treibt die sache noch ein bisschen an mit dem mal mit dem jv 80 kit so die shaker mal dabei so und hier haben wir schon die shaker verbaut einmal habe ich den als loop gemacht und hier ist er noch als als dieser diese loop geschichte drin zeige ich euch mal das ist hier wie gesagt shaker loops ja einfach eine note genommen hier komplett durchgespielt hier einmal auf a1 war das jetzt hier das ist der so und dann habe ich den wie gesagt das sind schon ein paar spuren und paar instanzen vom nexus und dann habe ich den hier einfach umgewandelt diesen tambourine loop das ist der gleiche hier hier der shaker die disco house machen wir mal alle alle drums an so das sind die drums weil ich habe die extra von einem loop genommen weil ich die hier nicht so umstellen konnte ich zeige euch das nochmal nochmal kurz in einer instanz vom nexus die habt ihr natürlich auch nur ich hatte die jetzt von der midi fall belegung nicht so wie ich die hier brauche und das war mir jetzt auf die schnelle zu viel arbeit die einfach zu sortieren so hier haben wir einfach mal drums und all drums quatsch wir müssen hier in die extranches gehen da ist siebziger drums disco drums und zwar sind das die also am meisten macht es spaß eigentlich damit zu arbeiten wenn man die einfach sich raus sample das heißt man macht einen tag baut daraus ein loop und speichert den sich als audio loop ab dann kann man da einfach leicht damit arbeiten wie mit dem mit der midi hier von diesen von diesem drums ja drums menu disco da ist sogar schon ein bisschen heil drauf also alles was das herz da begebt auch die berühmten scene toms ja alles da so deswegen das war mir aber in dem kleinen video jetzt hier zu viel arbeit das da raus zu zu arbeiten deswegen habe ich einfach einen fertigen disco house loop genommen der am besten passt so wir haben den bass der bass spielt hier der bass ist das ist der bass guitar amt aus dieser serie sound of the seventies bass bass guitar amt kann auch nochmal wechseln hier bass vielleicht wird er sich verbessern na der passt da besser rein so dann haben wir einmal die mute guitar und da war es jetzt genau das gleiche die habe ich einfach zeige ich euch auch die mute guitar spielt das so das ist hier die guitar muted funk die spielt einfach diese dieses muster hier was das midi file vorgibt so und da ich die akkorde nicht genau hier raus gehört habe aus diesem aus diesem midi file habe ich jetzt auch nicht diese funk genommen die ich praktisch euch gerade gezeigt hat sondern ich habe da die funk genommen aus dem avenger pack 80s sound metallo disco 1 oder 2 und das ist für mich einfach die ist einfach noch geiler und zusammen mal so dann haben wir die disco strings die flippen direkt am anfang rum hier nehmen wir mal rein das sind die das sind die big strings und dann haben wir noch die disco strings die sind in diesem auf dieser dieser spur genau das sind die sind diese hohen die habe ich gedoppelt mit diesen tape mellow strings so dann kommen wir einmal zu den horns die horns sind aufgeteilt in zweimal und zwar sind das direkt der anfang die tieferen machen wir mal rein also die klingen ganz gut wer noch nicht so eine library hat dafür lohnt sie sich allein schon real horns und die zweiten sind diese hier das sind auch die orns 2 aber ein die sind ein bisschen höher gespielt gut die hätte man jetzt vielleicht noch eine oktave höher spielen können hier aber das war im midi fall so vorgegeben dann hätten sie sich vielleicht noch ein bisschen ein bisschen originaler angehört so unter zusammen machen die horns dieses haben wir hinten ein bisschen mehr passiert so dann haben wir nochmal die horns gedoppelt einfach nur die chords hier genommen und die nochmal als so ein pad gelegt das ist das strings das die string machine auch aus dem sound der 70er dann haben wir noch eine organ die macht dieses die spielt nur so ein paar abbeats so was haben wir unten noch ach ja hier haben wir noch eine dist gitarre die ist auch geil Achtung 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 die ist auch gut das ist dieser Lied 1 also wenn man eine schöne Lied Gitarre für sowas sucht auch dafür ist das Pack eigentlich auch schon für jetzt ist glaube ich im Angebot 50 Euro also da kann man kann man nicht meckern wenn man so ein paar Sounds auch nur davon also die kann man eigentlich ganz gut alle bebrauchen aber es gibt halt auch ein paar die eben herausstechen die man vielleicht noch nicht hatte ja so haben wir zusammen mit dem ganzen geschichte hier jo ein ja und so weiter und so fort ihr seht also dass man also wenn man wirklich man braucht nicht immer 1000 Sounds oder 1000 Soundbänke sondern wenn man da einfach mal sich eine aussucht, wo man sagen kann die kann man gut verarbeiten und diese kann man wirklich gut im Schlagerbereich verarbeiten dann legt euch das ruhig mal zu ich habe es auch mal gemacht und ich hoffe, dass ich da auch mal häufiger drauf zugreifen werde ja, wie gesagt, an einem Beispiel kann man das immer am besten sehen, was man dann auch wirklich damit so veranstalten kann mit der ganzen Geschichte so, wenn ihr natürlich mehr von Schlagerproduktion wissen möchtet das kennt ihr mit Sicherheit schon geht einfach auf meine Seite www.schlagerproduzieren.de dort erhaltet ihr alle Informationen was meine Masterclass Schlagerproduzieren betrifft meldet euch da an oder schaut euch die ganze Sache mal an wenn ihr da mehr erfahren möchtet des Weiteren hoffe ich dass ich euch wieder ein bisschen was zeigen konnte und wenn euch der Kanal gefällt dann gebt mir ein Like abonniert den Kanal damit ich den auch in Zukunft vernünftig weiterführen kann ja ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr es sind ja nur noch zwei Tage und dann haben wir das 2024 erreicht bleibt alle gesund und dann sehen wir uns munter und fröhlich im Januar wieder mit dem nächsten Video und zwar wird das heißen weiß ich noch nicht ich schaue mal, was mir da einfällt ich sage tschau, tschau, euer Olli bis demnächst tschau